1, 2, 1, 2, 3, 4 Wir haben eine 60-Bus-Band, Sabine, die Mama von Levi Du hast ja jetzt von der ersten Minute dabei, von den ersten Proben bis jetzt zum ersten Auftritt, was sagst du zu der Band? Ja, ich bin total begeistert. Also ich fand das für den ersten Auftritt wirklich großartig und da möchte ich jetzt auch nochmal meinen Dank euch allen ausdrücken. Ihr habt das so toll gemacht. Es war wirklich wunderbar. Ich weiß nämlich, wie anstrengend das auch durchaus sein kann und ihr habt das ganz, ganz toll gemacht. Wie habt ihr von dem Projekt gehört? Wir haben das über die Schule erfahren, über die Schule, über die OSK, wo der Lewin ist. Das ist ja diese inklusive Schule und da gab es irgendwie eine Mail, die da rund lief und da haben wir erfahren, dass es eine Band gibt. Und weil Lewin ja Schlagzeug spielt und auch Unterricht nimmt und immer in der Band spielen wollte, haben wir gedacht, das ist es. Ja, super. Der Lewin am Schlafzeug, genau. Ich bin echt überrascht, was die Band, also was ihr das auf die Beine gestellt habt. War super. Ja, die Kinder, ne? Ja, die Kinder. Ja, die Kinder. Ihr mit den Kindern. Ja, war echt super. War wirklich toll. Wir haben für Geschwör uns ewige Treue, vergolden uns diesen Tag. Ein Leben lang, ein Leben lang ohne Reue, vom ersten Schritt... Max, du warst jetzt beim Konzert dabei. Ihr unterstützt uns mit der Günther und Dr. Günther und Rita Herfert Stiftung. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Was sagst du dazu? Also, es war eine beeindruckende Performance, die wir jetzt gesehen haben. Hier hat es richtig Spaß gemacht. Und das Schönste ist, wenn man sieht in den Kinderaugen, wie die Begeisterung wächst mit jedem Stück. Wenn man auf der Bühne ist, das ist immer ein besonderes Erlebnis und das sieht man. Und das macht einfach Spaß, wenn man da zu guckt. Es freut uns sehr, wenn wir so tolle Projekte eben fördern können, die keine institutionellen Förderungen haben. Das ist etwas, was wir eben besonders gerne machen, denn da sieht man, es kommt an und wird gut eingesetzt. Danke, Max. Gerne. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen? Ach, Salse! Monika, Mama von Rosi. Ja. Was sagst du zu dem Auftritt heute? Super, ich fand die ganz toll. Ich hätte nicht zugetraut, dass die alle so gut sind, wenn ich mich an die Anfangsprobezeit erinnahm, würde ich wirklich sagen, ich bin total beeindruckt. Die würde ja auch ganz gerne jeden Tag auf die Bühne gehen und singen. Aber nein, die war sehr gut, finde ich auch. Ja, wir danken euch auch für die Unterstützung hinter den Kulissen. Super, dass ihr immer dabei seid. Ja, und wir danken euch für eure tolle Arbeit. Ich frage mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Rosi, wie war's? M-2 war großartig, für mich großartig. Ja, hast doch toll gesungen. Ja, das war wirklich großartig. Ja, und toll, hatte ich auch die ganzen Bühnen und so die alten Leute, wie die Plastik. Ja, das war toll. Ja. Dankeschön. Applaus, 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 Applaus für deine Worte, mein Herz gelaufen, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz gelaufen, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz gelaufen, wenn du lachst. Niemals damit auf und hinter den Kulissen mit unterstützt bei den Kindern, bei der Erziehung und wir sehen uns ja dann im August zu den nächsten Proben und dann am 3.9. ist der nächste Auftritt. Okay, also nochmal vielen Dank.